Tango 5 Wo seid ihr denn? Tango 10 Wir sind schon in Bereitschaft, was ist los Jungs? Bei wem soll ich sein, ich bin Bafulli? So, von Reiki kommt Verstärkung, Bafulli kommt Verstärkung! Granatwerfer, verdienen wir! Los, los, los! Moment Okay Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. So, wer bleibt dahinter? Luke und Fußweik, geht ihr nach vorne? Ja, wir gehen quasi links rum, wenn man aufs Gebäude schaut, ne? Über den Hauptangang rein, ne? Setze Drohne ein Okay So, kann ja nicht Wir nehmen hier hinten die Mauer Oh Ha 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 Das ging schnell Wollst du dir? Ich hab mir das Kennzeichen, glaub ich, einfach nicht gemerkt in der Person Ich bin getroffen! 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 Ach, der Schanzer ist schon da zum Wiederbeleben! Boah Dankeschön Ah! Leider! Der Schanzer wird oben geholt von dem Scharfschützen Boah Boah Nur danach muss ich auch erfüllen, ganz schnell runter hier Tod Ah, Mist! Ja, die waren ziemlich hart gepanzert, die Jungs, da kommen auch noch ein paar Hagi, du musst überleben Was ist mit euch? Wir sind alle dead Überleben, überleben, überleben Du bist ja, dann darf ich mich erstmal irgendwo hier verstecken Ja, pass auf! Ich kann spawnen bei dir Jo, ich bin gespawnt War auch ein bisschen weg, aber Ah, du bist da hinten, ja Da kommt noch einer, Maruk Der ist jetzt in der Richtung Boah, bei mir hat einer gespawnt, was ist das denn für eine Rotze? Ja, am Gebäude unter dir ist eine Hagi Ja, ich kann nicht, Jungs Nein, ich lache nur Warte, pass auf, ich stehe gleich in der Drohne rüber Das war knapp Ihr seid größtenteils wieder da, ne? Jaaaa, jetzt sind wir alle wieder da So, Scharfschütze am Dach oben ist weg Noch einen hab ich Sehr gut Beim Fuli Da unten läuft auch einer rum Ich bin unter Beschuss Woher auch immer Jaaa, schlepper Wendel hab ich ihn erwischt Oh, warte mal Oh, hier ist gerade einer ganz nah Weißt du, rechts, rechts, rechts Granate fliegt, nehmt das Wer beschießt mich? Ich seh den nicht Unten von der Treppe Wer ist hier unten von der Treppe? Unter dir Der Hammer Der hat gefressen Er hat ziemlich viel gefressen, der Drecksack Ich bin noch am Weg zu dir Hoffe ich Ich bin ja mein Fan für Ablenkung Ich geh die Außentreppe hoch Bin bei dir Von wo? Von überall Von überall Unten im Park Da unten? Wo? 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 Ich bin ja nicht Oh! Oh! Kann ich! Da unten laufen sie! Ja, ja! Ja! Habt er? Nee, bin gleich weg! Let's recover! Hab ihn! Sehr gut! Da ist noch einer! Wo? Da! Okay, ich hab ihn zu! Hab ihn! Okay! Jetzt können wir uns zum Hauptgebäude zu bewegen! Ja! Warte, da wechsle ich noch mal kurz die Flinte! Vordereingang, Fully? Ja! Bring die Sprengladung an! Wo geht's hin? Vordereingang, Hauptgebäude! Vordereingang, Hauptgebäude, okay! Da hast du auch eine Munitionskiste, die wir brauchen! Genau! Hast du C4 angebracht? Nein! Dann, äh, mach ich das jetzt! Volle Deckung! C4 in Position, Ladung angebracht! Ich warte auf euch, Jungs! Yep! Okay, Achtung! Und, Go! Oh! Oh! Einen hab ich! Oh Mann! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hi! Hinter mir! Warum hinter mir? Boah! Die kommen über den Rand! Drei, vier, fünf, sechs! Die laufen jetzt alle aus und kommen zum Vordereingang! Das war's! Das war's! Alle weg! Alle weg! Alle weg! Boah! Scheibenkleister! Das war ein Satz mit X! Das war nix! Was? Das, äh, ist mal, äh, heftig! Boah! Musik